also also wie es aussieht bin ich zurück ja also ich habe folgendes ding gehabt und zwar habe ich überlegt was mit meinem kanal machen will und viel rum überlegt und tausende sachen und ich habe vieles ausprobiert naja auch nicht so vieles eher mein freund hat eher vieles ausprobiert ich bin irgendwie nie so weit gekommen die sache ist ich habe quasi probiert was anderes zu machen und ich habe mich nicht wirklich dazu bringen können irgendwas zu tun im endeffekt hat es quasi habe ich quasi nichts gemacht das heißt nicht wirklich viel gemacht ja also ich habe irgendwie zeug aufgenommen und habe irgendwie nicht so viel gemacht also im endeffekt hat sich dabei nichts ergeben das heißt ich werde jetzt doch wieder zurückkommen zu marvin 1909 das heißt das würde diese alte aussage mit dass ich den kanalwechsel wieder nicht machen aber naja man kann nicht alles perfekt haben ja ich werde dieses video wahrscheinlich erst mal auf privat stellen oder auf nicht gelistet lassen wir beiden mal sehen und da steht das jetzt hier als wahrscheinlich erst mal erst mal als wieder haupt video da dass ich einen kanaltrailer wieder habe ja also ich werde das wahrscheinlich wieder auf diesen kanal wieder machen worauf ich lust habe und selbst wenn ich dabei nichts kriege ich sehe es jetzt mehr ich glaube ich sollte es mehr als hobby sehen und selbst wenn es was wird dann wird es was und wenn nicht dann halt nicht ja also ich schaue mal ob ich daraus was gutes machen kann ja ich habe jetzt am anfang des video zum reboot des kanals hier mal einen neuen hintergrund gemalt ja ganz okay ich mag ihn eigentlich nicht so schlecht da ist noch das neue logo was ich noch um aber was ich habe das logo bisschen angepasst und jetzt auch wieder ein bisschen ja halt neuer ist und ja mein wasser mein zeichen ist jetzt mein unteres zeichen unten das zeichen unten links jetzt für euch links unten links also das hier da da hinten auf der anderen seite das ist quasi das neue das ich gezeichnet habe das ist quasi dann auch das hier was ihr gerade seht und ähm genau äh ja wir werden hier ähm weitermachen und zwar mit ähm erstmal werde ich intern factory abschließen davon gibt es wahrscheinlich aber nur noch ein bis zwei folgen drei vielleicht ich werde da wahrscheinlich viel zusammenschneiden und versuchen die so kurz wie möglich zu machen und so knackig wie möglich so interessant wie möglich weil intern factory hat sich wirklich lange rausgezogen und ich versuchte also das würde ich gerne beendet haben ja was jetzt hier als nächstes auf dem kanal kommt ja also minecraft ist geplant da kommt vielleicht irgendwann mal was ansonsten vielleicht ein bisschen portal wieder das gibt man ja und dann satisfactory was noch mal ist was ich auf jeden fall machen will und ansonsten äh schaue ich mir was ich noch was ich noch ergibt zum beispiel ähm 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 hightail genau wenn es rauskommt hightail das ist momentan noch eine entwicklung deswegen wenn es rauskommt für die öffentlichkeit dann gibt es das hier auch das würde ich auch gerne unbedingt mal gespielt haben ja das sieht promising aus und äh ja ansonsten ja halt wieder spielte worauf ich lust habe und ähm versuche noch die ein paar sachen zu beenden mal sehen was was ich tatsächlich beenden werde und äh ja was noch ähm 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 äh ansiehe ich erstmal intro werde ich erstmal wieder keins haben so wie immer, weil Intro ist einfach, nimmt viel Zeit weg, dem Zuschauer, der wird, seine Aufmerksamkeit wird strapaziert, durchschnittlicher Zuschauer bleibt ab einem Video ungefähr 8 Sekunden, das heißt, es ist für den Zuschauer angenehm und wenn er gleich angenehm knackig in ein Video reinkommt und dann gut, sauber begrüßt wird und er fühlt sich willkommen und das ist, denke ich, mehr wert als ein Intro, deswegen lasse ich das weg. Ansonsten ein Outro, kommt vielleicht noch irgendwann was mit einem Outcard-Outro, also ein Outro, das an die Outcards angepasst ist, ja, das kommt vielleicht noch in Planung auch was, ja, dann sehen wir, was ich tatsächlich mache. Das erste gibt es jetzt erstmal wahrscheinlich Info-Factory und, ja, Satisfactory und alles weitere werde ich mir überlegen und anfassen und je nach Situation entscheiden. Es kommt noch, by the way, ein Miss-Special, was jetzt wahrscheinlich, wenn ein Freund das sieht, wird er sich wahrscheinlich total denken, oh mein Gott, das geht hier ab, war das Miss-Special. Ja, also es wird wahrscheinlich nicht ganz so interessant, wie du dir jetzt denkst, also das Miss-Special, ansonsten, Miss-Tement werde ich auch bald weitermachen, also das wollte er ja auch, aber das geht das nicht, das Miss-Special ist, das Miss-Special ist was anderes, ähm, werde ich jetzt noch nichts dazu sagen, äh, er wird sich auf jeden Fall darüber freuen, bin ich mir ziemlich sicher, auch wenn es jetzt wahrscheinlich da am Ende wird wahrscheinlich damit nichts rauskommen, also am Ende wird wahrscheinlich nichts dabei rauskommen, aber ich werde es trotzdem mal aufnehmen und, äh, ja, davon gibt es eine, also eine Special-Folge, wo ich was, ähm, teste und wird wahrscheinlich nicht so viel rauskommen, aber, äh, wenn es euch interessiert, könnt ihr mal reinschauen, ähm, ja, ansonsten, äh, war es das erstmal, ähm, ja, die Let's Playlist ist momentan noch nicht, äh, korrekt, also die könnt ihr momentan noch nicht nehmen, ich werde eine neue Let's Playlist anlegen und die wieder anpassen und, äh, ja, Let's Playlist, die ich wieder machen will und, ja, ja, schauen wir mal, was sich hier alles ergibt und, ja, äh, seid gespannt auf weitere Videos von mir und, ja, bis dann, bye, bye.